Musik Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe ihr seid alle bereit für den Kampf. 1 vs 1 mit Enya. Ich habe was ganz cooles für euch und zwar mache ich heute diese Dance-Moves von den Charakteren von Fortnite nach. Fortnite ist mega beliebt momentan. Ist ein richtig gehyptes Spiel. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich werde es mir demnächst auf jeden Fall mal runterladen. Denn ja, da ihr wisst, dass ich gerne zocke, muss ich das auf jeden Fall mal gespielt haben. Und ich würde sagen, da ich ja gerne tanzen und zocke, ist das eine geile Kombination. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es ist für Jungs und Mädchen was dabei, das viel Geld. Let's go. Let's. Let's go. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay Leute, der Tanz hat mich besiegt. Ich bin auf jeden Fall K.O. Oh mein Gott, Leute, das war so anstrengend. Es hat richtig Spaß gemacht, diese Moves nachzumachen. Und ich muss ehrlich gestehen, die Moves sind gar nicht mal so leicht, wie es eigentlich aussieht. Also wirklich, jetzt macht das mal zu Hause nach. Und an alle, die das Video bis zum Ende geschaut haben, schreiben in den Kommentaren, ähm, Hashtag FortniteEnyaDance. Und ja, ich werde auf jeden Fall alles liken. Jeder, der diesen Hashtag benutzt, ich werde alle eure Hashtags liken. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!